Wer nimmt dich mit auf seinem Sarg? Wer haut dich richtig ab? Was dich und mich verbindet? Wir sind Idiotenfreunde! Hallo meine Pokofreunde und Pokenenten! Willkommen zur vierten Folge Waro! Wir gehen drauf auf 1, 2, 3, 3, 2, 1... Ich bin drauf, okay, okay. Wir nehmen direkt danach auf, also keine, ja, nicht wundern. Okay, ich bin gleich, warte, ich bin gleich einfach, okay, jetzt, okay. Und mir lagts keiner, aber es geht. Gut, wir wollten die Höhle ein bisschen erkunden. Wir haben richtig viele Dias, alles. Ich hab richtig viel Schrott, ich würd sagen, wir machen heute... Mike, ich will ein Kind von dir, oh mein Gott. Äh, ja, ja, XD. Okay, lass mir mal den Spaß. Ähm... Hehehe, er hat Gott zum ersten Mal die Craft auf den Table gemacht. Wer ist... Ja, war sein Partner wahrscheinlich... Ja, wo bist du? Da habst du. Bau hier. Okay. Leon, wir sind drei bis vier Dias... Achso, sind schon. Hä? Dreiviertel Dias? Wie viel hast du, Leon? Wir sind 0% Dias. Leon, wir wollen doch jetzt, ähm, Dings bauen. Weißt du, was wir jetzt machen? Den Table. Können wir ja noch nicht. Ja, ich brate eben Eisen. Hier brate ich eben Eisen. Mike, können wir doch noch gar nicht. Wir haben nicht genügend Zuckerrohr. Was können wir doch nicht? Wir haben nur drei Zuckerrohr, falls ich erinnerst. Was war denn so schlimm? Achso, stimmt. Ja, äh, wir haben... Ja, genau, genau, du machst schon, okay. Aber Leon, immer sneaken. Nicht, dass irgendeiner uns verfolgt, da hab ich null Bock zu. In dem anderen Ofen könnte ich ja mal das Gold hier, äh, eben Boom machen. Gib mir mal Sand und Zuckerrohr, bitte. Äh, Zuckerrohr hast du in deinem Eventar. Sand hab ich hier acht Stück. Gib mir mal alles drei Zuckerrohr. Ich hab nur zwei gehabt. Also ich hatte nur zwei, jetzt hast du auch zwei. So, ich nehm mal hier den Schrott, den du da hattest. Und schmeiß ihn hier unten rein. Das war ja unser Trashcan. Buben. Ja, bist du das? Was denn, Leon? Hast du Erde? Leon, schau mal. Mike, gib mir mal kurz Erde. Erde? Äh, hier hab ich elf Stück. Ich mach mal eben ein Schild. Und dann mach ich da unsere Team Chests. Da kann dann niemand drauf, also da kann dann niemand drangehen. Ansonst kriegt er, glaub ich, eine Strafe. Oder ist es mit einer Plug-In-Grill röst? Ich weiß es nicht. Ich schreib da runter. Warte. Nein, Mike. Da kommt Wasser hin. So, ja, dann gib her, dann gib her. Warte. Oh. Ich hab die Truhe. Äh, wo tu ich die hin? Ich tu die hier hin, okay? Ja? Mach. Ach Gott, zu unserem Öffnen. Da. Da. Diese Truhe... Gehört... Geh... 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 Okay, das passt nicht hin. Diese Truhe... Gehört... Hashtag... Tem Aura. Hast du noch einen zweiten Eimer? Wasser? Ja, das ist so gut. Komm mal her, komm mal her. Jo. Ja, halt. Okay. Na, ich hab keinen... Ich hab keinen Eimer. Oder Wasser. Hier, schau mal, ist die Truhe... Ist es so gut? Oder soll ich erinnern? So. Geh... 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 Ich hab keinen Apfel geholt. Oh nein. Kann man auch nicht anbauen, du Spasti. Ne, echt? Wir brauchen aber trotzdem ein Paar. Ja, hier ist oben das Gold. Ich nimm das mal mit. Ja, nimm das alles mal mit. Ich hol grad noch ein... äh, Wasser. Ich hab schon insgesamt vier Gold Ingots. Jetzt hab ich hier noch drei, ähm, Barren. Also nicht Barren. Äh, was hab ich? Äh, doch drei Erz. Dann haben wir insgesamt sieben. Dann fehlt uns noch eins für den Apfel. Keine Ahnung, ein soviel. Wir haben... Ich würd sagen, am nächsten machen wir den Ambos, ne? Als nächstes machen wir den Ambos, ne? Als nächstes machen wir den Ambos mit den Eisen. Ich hab ein Stack Eisen. Wir haben das noch mal zu. Ich hab ein Stack Eisen. Ich hab ein Stack Eisen. Lockupdate mit dem Kies. Ja, und das kannst du am Ende. Pass auf. Ja, ne, ne, gib mir das bitte. Das, das Gold nehm ich mit. Warte, hier hast du noch mehr. Oh, geil. Oh, nice. Das ist gut, das ist echt gut. Das find ich gut. Ich geb dir das Eisen. Nee, ich bin grad oben. So, du kannst bitte weiter... Hallo? Hallo? Ja? Leggy? Ah, jetzt. Zack, du legt. Ich hab's gemerkt, Leon. Ist ja schon die Lava gefallen deshalb. Nein, ich bin oben. Safe. Wir brauchen Feuerresistenztränke. Tränke. Tränke. Stimmt. Tränke, die man selbst selber trinken kann, die sind erlaubt. Aber werfbare wie... Die sind der Lava-Megen. Was ich nicht nachgefragt habe, ob werfbare Heiltränke erlaubt sind. Das weiß ich nicht. Die sind nicht erlaubt. Hallo meine Lieben. Hallo. Hallo. Meine lieben Duggies. Hallo meine lieben Duggies und Duggies. Hallo meine lieben Duggies und Duggies. Hallo meine lieben Duggies und Duggies. Oh wie süß. Oh nein, es ist behindert. Oh nein, Leon. Dein Leben ist jetzt beendet. So. Ich mach mir eh mein Feuerzeug. Why not? Du kannst gern Feuerzeug haben. Ich werd bei Lava. Ich glaub am Ende dieser Folge so. Ich glaub am Ende dieser Folge so. Was routine angeht auf jeden Fall. Lea nicht mach auf. Was wieso denn? Ach so. Teil. Ach sorry. Ja. Ich nehm mal hier drei Kohleblöcke raus. Und so sie da rein. Schmeiß den Müll hier in das Loch. Hier in das Loch rein. Schmeiß in den Müll. Den nämlich brauchen wir nicht. Ich mach das auch mal. Oder wir machen es anders. Boom Leon. Oh nein, nicht wegen der Weltbank. Wo machen wir das? Hier Leon. Pass auf. Schmeiß er deinen Müll hin. Also mach dich. Schmeiß dich hin. Diorit brauchen wir. I have water. Diorit brauchen wir nicht. Äh. Was brauchen wir dann? Kies brauchen wir nicht. Herr Spaß. Kies brauchen wir. Ja ja. Es war nur Spaß. Wie viel Zeit haben wir noch? Zehn Minuten. Oh man muss mir gesagt. Ich weiß nicht wann. Ich hab mich auch aufgeachtet. Sorry Leute. Da oben mag auch was. Aber Leon. Wir können erst morgen wieder. Ähm. Schwach. Joinen. Und das. Ist nicht gut. Du hast. Das hier ist. Das hier ist unsere Teamkiste. Ja. Ja. Nice. Blut. 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 Leider ist Blut drin. Was machst du? Ach man. Was ist unser Tier? Oh Söni hat den Server verlassen. It's raining diamonds in the sky. Okay Mike. Komm wir erkunden hier die Höhle. Hier liegen noch 6 Golderz. Nicht Diererz. Ich weiß das hab ich da hingewiesen. Ah lol. Sonis wieder rein. Es ist so eh nie. Wie auch immer. Sorry. Falls ich auch spreche. Ich weiß deinen Namen. Gut ähm. Leon wir sind gleich auch dran. Ich geh grad etwas tiefer in die Höhle rein. Ohne Licht? Boah Alter. Ein Whisky. Herr Leon wo bist du? Ach so. Ja ich komm zurück. Komm zurück. Ich hab ein paar fucking gesetzt. Vielleicht siehst du mich. Ach da ist der Name. Ah ein Gegner. Nein nein nein. Ah lau einmal. Ahhhh. Das war mein Aiming in Overwatch. Bei meinem ersten Kampf. Ja stimmt. Leon ist ja so ein Overwatch Freak. Ich bin mehr so ein Team Fortress 2. Also ich hab grad den Lava mehr auf dem Block unter dich gerichtet. Leute wir können ja mal ne Abstimmung machen. Was findet ihr persönlich besser? Overwatch oder Team Fortress 2? Ich hab nichts falsch. Ich finde euch. Ich finde euch alles. Oh Gold. Oha wie viel Gold wir finden denn. Nice. Ich hab riesen Lava sehen können. Creeper. Creeper. Ich legge. Renn weg. Okay. Leggen ist halbwegs besser. Er geht zu dir. Er geht zu dir. Ich legge. Ich legge. Oh mein Gott. Wieso legge ich gerade jetzt? Leon ich schwör. Da oben ist Lappes. Über dir. Direkt über dir. Nimm alles mit. Ich erkunde hier den. Klar war sie. Leon ich schwör wenn du jetzt gestorben wärst. Ich hätte nicht. Ich hätte nicht sterben. Ich hätte nicht sterben. Wir haben Full Iron. Da stirbt man nicht beim Creeper. Selbst auf Hardcore. Fuck. Hä wann werden wir denn gedingst? Da musst du gleich mal stehen. Noch 5 Minuten. Was? Sind grad mal 5 Minuten drauf oder so. Ja? Echt? Ja. Ich dachte wir sind viel viel länger. Also wirklich viel viel länger. Kommt einem lange. Aber manchmal kommt es einem richtig schnell. Leon du legst. Du legst. Du legst. Ich legge. Ich legge nie. Ich legge nie. Nie. Leon. Witzig. Wenn du es den Anschein macht, dass ich legge, ist es immer der Server. Haben wir uns verstanden? Leon. Wenn es. Ich muss dich mal ein bisschen trösten. Selbst wenn es den Anschein hat, dass du ein ähm Waschlappen bist. Kannst dich immer noch zu einem Wäschmaug beweiternwickeln. Ok. Jetzt legge ich. Jetzt legst du das ich. Warte. Kann ich abbauen? Oder das war das? Jetzt bist du. Wow. Er hat zum 1. Wow. Warte. Wow. Warte. Warte Mike. Wir gehen jetzt mal hoch und ich gebe dir Dias. Ok. Komm mal her. Wir sind echt noch gar nicht lange draußen. Das wäre ja schon so. Nein. Ja. 5 Minuten. Ja. Verzockungstisch. Jetzt. Wir bauen ihn jetzt da oben. Noch 5 Minuten übrig. Diamant. Ja. Wow. Ja. Ja. Oh nein. Ja. 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 ich lege ich habe auch nicht mehr so viel platz deshalb ja wir müssen jetzt eben für ein schatt mit leon immer wenn wir in der auslösen müssen wir alles nehmen das ist immer noch nicht gewachsen das dauert ja auch morgen wird es hoffentlich sein ich mache uns mal einen anboss und du machst unseren verzauberungstisch danke wir haben noch nicht genügend dinge was hast du gesagt ja und wir können keine anboss machen was ich bin aber auch dumm ich mache es falsch rum ich lutsche hast du hast genug eisen für den anboss was leon wir haben nicht genug eisen für den anboss leon bist du dir da ganz sicher bist du dir da wirklich sicher was bringt ihr uns das wenn wir noch nicht mal verzaubert haben deshalb sollt ihr jetzt eben schnell bauen machen und sobald wir ausbauen wir haben nicht genügend zuckerrohr du hast du mir zugehört hast du mir zugehört sobald wir ausloggen müssen wir alles aus dem alles und schnell geht es gerade nice das lapis das gold da hast du flinstone macht daraus mal eine große kiste dürfen wir das dürfen wir das ja dürfen wir ja ok warte ich mach mal eben noch eine zweite warte geh mal weg ich will hier auch so ein schild machen warte geh mal weg geh mal weg ich habe so eine gute idee warte hi fremder okay hi fremder in diese trüge gehört thermaura das ist doch cool ich glaube wir machen aus eis blöcken ne eisen ja das ist dann leichter zu transportieren nein ich meine auch aus gold diamanten redstone ja es wäre besser ich mache das auch mal eben hier ich habe also sechs redstone blöcke n1 dann habe ich glaube ich einen goldblock ja ja dann haben wir noch mal Leon hier haben wir noch mal drei gold das gebe ich dir hier mal wir brauchen essen wir sollten nächste folge hoch gehen also morgen gehen wir hoch ich habe noch fünf ich habe noch fünf oder wir werden das gleich gekickt ne zu den wow gg gg wahrscheinlich hat er sich ein dia schwert gemacht bist du alleine also solo äh ne ok diese smile am ende der wird schon geraten was ich froh habe Mike hast du noch einen lapis ich mache mir ein paar Pfeile ah ja ich mache mir ein paar Pfeile hallo ja hallo Mike ja weißt du was im rich find der sich cool aber da heißt der quartix sorry falls ich Namen äh falsch äh schreibe Cubix 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 ah hast du noch irgendwelche Ressourcen Kohle oder iiii Blöcke habe ich hier noch äh alles mögliche an Kohle ich denke schon klar äh hier habe ich 13 Kohle Blöcke noch normales Kohle Stücke also normales Kohle ja sieben das passt nein das passt dann zwei Wichtigte ich mache mir eben Pfeile und wo was dann geht nein wir haben noch nicht mal mal Bogen ja wieso nicht gönn seien tun also das musst du nicht brauchen Laggy geil ich liebe Legs die sind so toll mit äl の leon unterscheidet. ja alles inrądes kaputt. Davak massen. okay die lasten. oh mein gott leute nein. wir sind sowieso zugebaut mit clean stone. ich hab mich nicht zugebaut? Ich bin auch nicht zugebaut worden. Egal, würde ich sagen. Das war's mit der Folge. Nächste Folge, die fünfte Folge wird es sein. Ja, was werden wir da machen? Wir machen einen Verzauungstisch, hoffentlich. Aber sobald jemand in Schank ist, soll es eigentlich klappen. Falls jetzt irgendjemand snipet, ja, dann gibt's Knatscher auf den Nacken, Leute. Guck mal anlaufen. Ja. Hau rein, Leute. Und tschüss. Achso, warte. Links und rechts und oben. Da könnt ihr klicken. Was wollte ich noch sagen? No, tschüss. Ja, ich hab mein Name. Ciao.